und damit ein herzliches willkommen zu meinem adventskalender video heute ist da 23 einfach noch einmal noch schlafen dann darf man geschenk aufmachen und dann hat sie das hier mit den tüten so auch eigentlich das bisschen du aber so 22 sieht man werde ich jetzt öffnen und ich versuch es also ich hoffe das geht jetzt klar mit dem mikrofon weil ich nicht so scheiße glaube ich wieder grün kreide lakritz würzig ich bin ja mal gespannt dann malen wir gleich auf der tafel rum mal gucken jetzt ab ja wohl noch schöner alle drei stück drin man kann nicht mit schreiben wir haben den namen falsch nur wegen der optik reide aber mal gucken das wieder sowas minziges alkalyptus minzig ich gehe eher von minzig aus aber gestern auch das wiederum ja 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 kann man machen also bis jetzt wenn sich morgen nichts mehr ändert bis 18 auf 1 jener kritz äh ja ja ich fand ich richtig gut ja aber die sind auch lecker nur ist jetzt nicht gerade meinst du ich stehe auf salzige sachen und so ne also in der kritze versteht sich gut ja ja da kann ich eigentlich viel zu sagen jetzt leider nicht was schon ich habe also auch nichts zu meckern die schmecken gut kann man essen aber mein geschmack und so kommt nicht auf 1 so egal wisst ihr bescheid dann wünsche ich euch noch einen angenehmen abend tag wie auch immer und morgen noch dann ist bescherung und so ich bin gespannt alles gleiche gut dann macht es gut und so ich bin gespannt Vielen Dank.